Hallo, mein Name ist Uwe Schwirtzke vom Kniepex Produktmanagement. Ich bin heute hier, um Ihnen die Welt der Kniepex Seitenschneider ein wenig näher zu bringen. Die Seitenschneider der Serie 70 sind unsere klassischen Elektriker Seitenschneider. Mit diesen ist es möglich, Litzenkabel der unterschiedlichsten Durchmesser sehr leicht und präzise schneiden zu können. Oder ein Massivdraht. Und wenn es sein muss, verkraftet er auch den Schnitt eines massiven Nagels. Die Konstruktion unseres 70er Seitenschneiders ist besonders robust und gleichzeitig präzise. Besonders erwähnenswert ist die schlanke Spitze. Dies ermöglicht, auch bei einer Unterputzdose, wo ein Kabel vielleicht im letzten Eck hängt, präzise schneiden zu können, mit der Spitze den Draht sauber abtrennen zu können. Die Familie der Elektriker Seitenschneider hat einige Familienmitglieder. Sei es die Standardausführung mit der getauchten Griffhülle. Die Zwei-Komponenten-Griffhülle für besonders komfortables Arbeiten. Sei es die Zwei-Komponenten-Hülle mit verkromter Zange, auch für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen. Oder die VDE-Griffhülle für das Arbeiten unter Spannung. Die gibt es dann auch noch in der Version mit der doppelt getauchten Hülle, je nach Geschmack des Anwenders. Die Zwei-Komponenten-G Companion Untertitelung des ZDF, 2020